Hello again! Wir haben ein Problem und zwar ist von der Fiama Aqua 8 Wasserpumpe hier der Filter dicht da ist halt ziemlich viel Dreck drin und den reinigen wir jetzt mal dazu könnt ihr einfach euren Schlauch sozusagen einfach hier abdrehen stellt euch natürlich was dahin wenn noch Wasser am Schlauch ist jetzt machen wir die vier Schrauben auf und dann können wir den hier abnehmen so sieht er jetzt aus den reinigen wir jetzt und das hier reinigen wir auch und dann hoffen wir dass das wieder ordentlich durchläuft so hier natürlich das gleiche am besten wäre es natürlich den zu erneuern ist noch nicht teuer aber hier muss es jetzt gerade schnell gehen und jetzt Dichtung wieder drauf alles wieder hin machen genau umgekehrt wenn es euch gefallen hat gerne daumen nach oben abonniert den Kanal kostenfrei bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal